Natur pur in den wunderschönen Regionen Connemaras in Irland. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Und wenn man genauer hinsieht, kann man erleben, wie wohl sich die Tierwelt hier fühlt. Auf dem Pferdehof Connemara Equestrian Escapes werden die Hunde nämlich manchmal sogar zu Seehunden. Und das sieht dann so aus. So lässt es sich leben. Okay, solange dann die Pferde nicht auch zu Seepferdchen werden, läuft es doch eigentlich ganz rund in Connemara. Ein Stück irischer Natur und Tierwelt hautnah erleben. Untertitelung des ZDF, 2020